Was ist unsere Vision? Wo wollen wir in zehn Jahren als Unternehmen stehen? Wir haben unsere Vision folgendermaßen definiert. Wir zählen zu den führenden Flughäfen Europas, weil wir als beste Drehscheibe zwischen Ost und West die Bedürfnisse unserer Kunden professionell und serviceorientiert erfüllen. Der erste Teil ist für mich der wesentliche. Wir wollen uns nicht mit dem zweiten, dritten, vierten Platz zufrieden geben. Wir wollen zu den Besten in Europa gehören. Der zentrale Wert, den wir anstreben, ist Kundenorientierung. Nicht weniger wichtig die Professionalität. Natürlich auch ein ganz wesentlicher Wert die Wirtschaftlichkeit und last but not least der vierte Wert Respekt. Wir Menschen hören eigentlich immer wieder, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, zwei Stimmen in uns. Die eine Stimme ist eben die Lebensbejahende. Die andere Stimme, die sagt, lass alles so wie es ist. Was ist notwendig, damit wir immer wieder mal aus diesem Kreis der Gewohnheit rauskommen. Der einzige Weg ist der, dass wir die Dinge unseres Lebens schlicht und einfach immer wieder einmal tun. Los geht's! Fünf Sekunden habt ihr noch und fertig ist das! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Ha, ha, ha! Ja, ha, ha! Gemeinsam statt einsam haben wir gewählt, aus dem Grund, wenn alle gemeinsam an einen Strang ziehen, dann fällt das Ganze viel einfacher. Das chinesische Schriftzeichen für Mut, dass man sich vielleicht auch ein bisschen traut, einmal etwas anderes zu machen, als das, was man immer macht. Man sollte sich nicht bekriegen. Zusammenarbeiten ist viel schöner. Nur gemeinsam kommen wir ans Ziel. Ich möchte, wenn wir schon mal beim Respekt anfangen, möchte ich mich recht herzlich beim Vorstand bedanken, dass das hier überhaupt möglich ist. Wer hat schon mal die Zukunft eines Unternehmens mitgestaltet? Wer? Das Wichtigste für mich persönlich ist Toleranz, weil wenn man nicht an jeden so akzeptiert mit den Marken, die ja jeder von uns hat, dann bringt das alles nichts und dann funktioniert es auch nicht. Okay. Applaus Aber. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020